Das ist schon sehr schön, damit bin ich zufrieden. Ich hab jetzt auch grad ne richtig geile Abwehr hier, wenn ich das mal so sagen darf. Vor allem auch gegen Flugzeuge. Brauch ist Ziel. Wird gemacht. Brauch ist Ziel. Ist der Feind wirklich schon so nah? Ist der Russe schon so nah? Meinst du wohl? Ja. 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 Was ist? Ja. 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 läuft doch gerade. Auf welcher Schwierigkeitschufe sind die jetzt? Wie eben. Hä? Wie eben. Auf am schwersten? Auf das Signal. Unterwegs. Kann es sein, dass sie kaum Flugzeugabwehr bei sich stehen haben? Momentaufbau, ey. Hä? Moment, scheinbar. Kann man ja auch nicht so viel vonbauen. Richtig geil. Der Florian fliegt die hier jetzt halt unten an, ne? Die haben da nichts entgegenzusetzen. Was ist? Ja? Was ist? Ja? Bereit! Der Florian fliegt die hier. 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 Was kann ich tun? Ja? Ich hab übrigens auch schon wieder ein altbekanntes Problem. Die Nahrung wird knapp. Auf das Signal. Aber noch habe ich über 800, das geht noch. Unterwegs. Auf das Signal. Ja. Die Angriffe von denen sind im Moment noch nix. Die Angriffe von denen sind im Moment noch nix. Auf das Signal. Unterwegs. Den gelben, ey, den machst du alleine platt mit deinen Flugzeugen, ey. Der hat echt nix an einem Flugzeugabwehr da unten stehen, ey. Oh, ist ja schlecht. Hier. Ja. Echt, also ich hab mir mal gedacht, ein Flughafen kann ja nicht schaden. Was kann ich tun? Ich glaube, ich baue mir hier viel zu viele Verteidigungssachen auf, weil die greifen irgendwie nicht anrichtig. Ja, mich haben sie einfach mit dem Flugzeug eingegrafen. Das war's. Ich meine, mit dem Flugzeug können sie bei mir nicht wirklich kommen. Ich habe dafür zu viele Flakgeschütze stehen. Was kann ich tun? Und was meintest du, Lukas, mit der Karte, dass der da... Oh, jetzt kommt sie. Ja, da hab ich gar nicht mehr. Der ist leichter, weiß ich. Dass es was wird? Das ist so leichter, als wenn wir das jetzt spielen. Auf das Signal. Auf das Signal. Auf das Signal. Unterwegs. Flo. Jo. Willst du denn Lukas unterstützen, dann halte ich hier so lange die Stellung. Ich brauche keine Unterstützung. Brauchst keine Unterstützung? Okay. Ich brauche keine Hilfe und sofort. Bereit. Vier. Die H-Taste, die H-Taste. Die H-Taste. Die H-Taste. Die H-Taste. Dann die Abfangjäger folgte. Ah, hahaha. Joe soll mit den, äh, Gelben nicht mehr angreifen. Warte kurz. Auf das Signal. Oh ja. Ich hab jetzt auch die Festung quasi mit meinem Bomberweg gemacht. Okay, einer hat er noch. Unterwegs. Uh, selbst wenn er nur ne Festung hat, ey. Ist doch scheißegal. Der ist irgendwie schlecht. Also der Gelber hat ja grad echt nichts dagegen zu halten, was wir hier machen. Ich könnt mich nur drüber aufregen, wie meine einfach diese Einheiten da hinschicken. Das sieht so bescheuert aus, ne? Weil das sind ungefähr so vier Einheiten vorfahren. Oh, da ist ne Festung. Bleibt sie raus. Raus bitte bleiben. Ja, weg da. Weg da. Weg mit euch. Auf das Signal. Unterwegs. Auf das Signal. Unterwegs. Auf das Signal. Achtung. Auf das Signal. Auf das Signal. Auf das Signal. Häh? Häh? Also, äh... Ich meinte, gibt's hier eine, äh... Auf das Signal. Auf das Signal. Auf der... Auf der Tastatur, wo man mitmachen alle Einheiten auf der ganzen Karte anwählen kann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was ist? Was ist? Hier. Auf das Signal. Picci schreit mir. Ja? Picci. Ja? Picci. Tuck. Ja. Deshalb. Tuck. Ich hab alle meine Bauern zum, äh, zum Bauen da grad abbestellt. Ah, so gescheuert, ey. Hab ich kein Gold für mich gesammelt. Sammeln! Was ist? Unverzüglich. Ja. Bereit. Ja. Bereit. Natürlich. Unverzüglich. Ja. So. Bereit. Bier.